Oh, hätte ich das gesehen, hätten wir ja auch hier reinballern können. Ist ehrlich, was hat die Schüsse sparen können? So, hau mal, her damit. Kaboom, zum Glück habe ich es gesehen. Das ist eine Mine, das habe ich nicht gesehen. Irgendwas. Ja, da sollte ich wieder hin. Ja, bleibli. Passt so. Oh, hier ist auch noch Metall. Sehr schön, hierzu. Ja, macht man nicht so wie den Schatten. Das irritiert. Hier oben noch was drauf. Was wichtig ist? Das ging früher mit der Spitzhecke viel besser. Aber bei den letzten Mal, die mal gesehen, das funktioniert nicht mehr. Ja. 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 Aber. Metall. Metal. Küste. Der oben ist ein Banner. Ein Banny. Haha. Nein, ein Banner. Nein. Geh still. Drei. 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 Zehn. Damage. So. Drei Metallschritt. Drei. Ich weiß, dass du beide rückst. So. Müsst wir auch zerlegen. Sonst kommen wir hier hinten. Wenn das mit einem Teil nicht halten, dann gibt es auch keins. Okay. Flash. Hier war doch. Oh. Ich habe doch irgendetwas Rotes gesehen bei der Schuhe. Aber schlagen kann ja auch. Ich muss es mal gegenseitig gegeben. Habe ich mich verjöft? Der ist sich da drinnen versteckt. Nett, nett. Ausrüstung reparieren. Müssen sie zerkloppen. Oder mal. Da ist gleich noch ein gutes Loch drin. Knochen. Schade, also ist es wie mit der Spitzsäcke. Geht nicht schade, schade, schade. Macht ihr ein extra noch? Nicht lohnenswert. Da oben scheint etwas drauf zu sein. Hier oben drin, oder? Ja, an dem Brunnen waren wir auch. Gibt es schon wieder was? He, 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 trotz ja auch. Habe ich so lange gebummelt? Heftig. Achte. Kann man das noch? Ne. Gut, dann gehts hier oben, warte an. Müs. Müs. Du bringst mehr Loot vorbei. Das ist aber nett. Müs. Zerlegen. Müs. Zerlegen. Wie liegt einer rum? Das ist mal wieder Metall. Ah, von der Seite kann man also den Weg auch nicht kaputt machen. Aha. Ja, aber man kommt dorthin. Ja, da war die Spitzacke natürlich viel besser früher. Wenn sie schon gezielt nach unten dreschen. Okay. Da war das Banner, alles klar. Hier oben noch der, den wir umgenetzt hätten. Hup. Naja. Können wir gleich nochmal. Auch hier gibt es noch Holzer. Kann ich es gleich nochmal probieren. Nochmal, wo ist drauf? Ja. Ja. Hopter, runter. Ja, wir können es noch ein paar mal probieren mit. Hoch, runter. Ich würde eigentlich nur runterspringen. Ja, aber das wollte das Männchen nicht so. Ah, komm, den packen wir mal auf Lager, falls noch irgendwer mitspielen möchte. Ein kalter Empfang, alte Wunden heilen. Wir sind in Rotwels angekommen, endlich raus aus den verhüllten Ländern. Die Reise über die Berge war beschwerlich. Ich hatte auf ein Feldlerzrett gehofft, aber es gibt hier fast nichts. Ich muss die Dinge selbst in die Hand nehmen, wie ich es an der Front schon getan habe. Ich werde mein Lager in Hintertan aufschlagen. Waren wir da nicht Hintertan? Wo sind wir hier? Hintertan ist alles los. Gibt es hier Getränke? Nein. Okay, dann haben wir das hier auch. Bap. Bam, bam, bam. Es gibt wieder kostenloses Holz. Und da geht es dann weiter. Hinterm. Mach mal. Mach mal. Es langt sich nicht so richtig, hier alles wegzutraschen. Das stelle ich immer wieder fest. Das schon. Nochmal zweimal Metall. Zitrone noch was. Wichtiges. Was? Nicht. Nuch. Nuch. Nur die zerknoppt. Zerknoppt? Zerknoppt schon, aber lohnt sich nicht. Juh, jetzt haben wir das Gelände auch. Dann gehen wir hier weiter. Ins Miosmo rein, nach links bitteschön. Was ist denn das für ein Roller? Was haben wir hier schon begrüßt? Da hab ich was verkluppt. Sowas drauf. Okay, nur Höhle. So weit schießt der gar nicht, krass. Schwierig. Ohne weg, ungünstig. So, hier kommen wir wieder zu dem Altarach und wir wollten hier links mal gucken, was das... ...klar geht's jetzt um. Fast schon wie ein Bienenschwarm. Ah, da. Das ist der Turm. Haben die beiden den Turm bewacht? Effektiv, jawohl. Jetzt. Mittlerweile habe ich den Eindruck, als wenn ich ein bisschen rechts ziehen muss. Hier ist noch nicht so laut, denke ich hier. Ach, hier ist noch eine Straße. Geht's hier schnell raus? Ante gehöft. Okay. Aua! Aua! Nicht so viele! Aua! Oh! Aua! Gut. Hehehe. Was? Komm. Hierzu. Einmal hinlegen. Ah, wir haben noch zwei Minuten eigentlich, aber wir müssen auch schon einmal hier draußen stehen. Ah, das klingt gerade so, als wenn ich drauf... Jawohl. Was ist denn das? Manchmal kannst du an solchen Sachen auch wirklich graben. Gerade wenn hier Schutt ist. Dann gibt's darunter auch Truhen mit Unglückskeule. I. Rucksack. B. Kann ich dir nicht sagen, ob ein Hand oder zwei Hand. Das sehen wir nur, wenn wir seine Hand nehmen. Zwei Hand. 30 und 21. Nein. Naja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Täuscht das? Oder wird es schon wieder dunkel? Okay. Dann haben wir hier einen Spur. Die Frage ist wo? Ich sehe hier nichts. Wenn wir hier immer wieder zwei kommen, haben wir hier einen Spur. Ich sehe hier einen Spur. Ich sehe hier denskel, also eine Einzelung. Ich sehe hier etwa wieder ein Blutzung. Ich sehe hier aber auch hier. Aber ich sehe heute einen Blutzung mit Frau, ich sehe hier aber auch hier. Vielen Dank.